Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin heute Nacht mit leichten Dump und dann jetzt doch der Pump. Unsere Position hat ganz, 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 ganz knapp überlebt. Schwein gehabt, würde ich einfach mal sagen, weil wir den Stop-Loss auf Entry noch nicht hatten. Dafür hat Ethereum leider nicht überlebt. Aber gut, darauf werden wir jetzt auf jeden Fall jetzt gleich nochmal ein bisschen eingehen. Wie jetzt weiterhin die Prognose ist, das werden wir uns auf jeden Fall jetzt erst einmal anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonnierte Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne, wenn ihr Bock habt, in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News oder Signale, kommt da gerne rein. Auch gestern wieder, geben wir jetzt gleich nochmal drauf ein, Ethereum zumindest ersten Take-Profit erreicht. Jetzt dann in den Stop-Loss gelaufen, also in den Stop-Loss-Entry. Bitcoin, wie gesagt, läuft noch. Schauen wir uns dann alles gleich an. Link ist unten in der Videobeschreibung, natürlich for free. Und nochmal kleiner Reminder für das kleine Bing-X-Einzahlungs-Event. Was heißt kleine, ist ein großes Bing-X-Einzahlungs-Event. Wird das letzte wahrscheinlich für dieses Jahr sein. Geht noch bis 7.6. Einfach einzahlen für alle, die sich mit meinem Link registriert haben. Beziehungsweise noch registrieren wollen. Einfach nur einzahlen, mehr müsst ihr gar nicht machen. Dann kriegt ihr im Endeffekt hier die Free-Trades. Oder auch, wenn ihr im Endeffekt noch Trading betreibt, ist natürlich mit Risiko verbunden. Also immer nur, wenn ihr neu seid, nicht gleich traden. Vielleicht dann erstmal das Einzahlen und ein bisschen testen. Und ansonsten könnt ihr hier auch noch ein paar Free-Trades abgrasen, wenn ihr hier noch ein gewisses Trading-Volumen erreicht. Wie gesagt, geht bis 7.6. Und damit würde ich auch sagen, genug Werbung gemacht. Wir gehen rein in die Chart-Analyse. Bitcoin, wie gesagt, bei knapp 27.200 US-Dollar. Heute Nacht der leichte oder etwas stärkere Abverkauf nochmal hier in die Region. 26.500 US-Dollar. Wirklich Schwein gehabt. Also ich habe ja in den letzten Videos immer wieder gesagt, hier unten kommt der Stop-Loss rein. 26.450 US-Dollar. Das war unsere Grenze. Und wir wurden hier um, wenn ich es jetzt so angucke, knapp 50 Dollar nicht ausgestoppt. Aber auch nur, muss man auch dazu sagen, weil wir im Endeffekt noch keinen Take-Profit erreicht hatten. Normalerweise, wenn Take-Profit 1 erreicht ist, Stop-Loss entweder wurde, jetzt im Nachhinein zum Glück noch nicht erreicht. Schwein gehabt auf jeden Fall. Position läuft somit noch. Und ich hoffe jetzt, dass wir hier das Breakout kriegen. Wir haben gestern schon drüber, über diese zwei Szenarien gesprochen, werden wir hier oben rejected. Bei eben diesen 27.200 US-Dollar, wo wir genau angekratzt sind in diesem Order-Block hier oben, geht es wahrscheinlich nochmal nach unten. Wir haben die 1-Stunden-Demand-Zone nicht erreicht. Ganz im Gegenteil. Wenn ich jetzt hier die blaue Linie mal ziehe, haben wir uns genau die Ineffizienz hier unten gefischt. Also minimal nochmal drunter, aber Ineffizienz ist jetzt erst einmal gefischt. Gutes Zeichen. Daraufhin eine ordentliche Reaktion nach oben. Und somit läuft die Position noch. Deswegen können wir jetzt den zweiten Pfad erstmal wegmachen. Wichtig ist jetzt erst einmal, dass wir im Endeffekt jetzt hier drüber brechen, über diese Marke von 27.200 US-Dollar. Den Support dann jetzt auch erstmal bestätigen. Das heißt, ich möchte mindestens einen Stunden-Close in Richtung 27.300, 27.400 US-Dollar sehen. Wenn wir diesen Punkt sehen sollten, dann Retest 27.160. Großes Sorry für den Videotitel. Wir haben gestern im Livestream über Bitcoin-Prognosen gesprochen. Und JetGPT hat anscheinend eine Prognose 300.000 bis 800.000 US-Dollar gemacht. Konntest mir jetzt nicht verkneifen, das ist im Videotitel. Vergesst einfach diesen Videotitel. Und sorry, dafür sollte jetzt einfach mal nur so ein Spaß sein. Also ihr kennt mich, ich bin jetzt nicht der Überkrasser mit Clickbait. Aber okay, sorry an dieser Stelle, musste jetzt einfach sein. Auf jeden Fall, das ist erstmal so ein bisschen der Fahrplan. Besser wäre es, wir gehen hier Richtung 27.400. Wir ziehen uns hierzu auch mal ganz kurz das FIP-Level, einmal das übergeordnete. Das würde uns dann im Endeffekt auf 27.700. Das wäre jetzt so ungefähr der zweite Take-Profit hier oben, die 27.700, 27.800. Und wenn wir uns das kleine FIP-Level dazuziehen, also von dieser Area wird es wichtig sein, okay, zumindest mal ein Close möglicherweise hier 27.300, 27.400 reinzubekommen. Einfach um das Golden Pocket nochmal Liquidität rauszugrasen. Das heißt, wir ziehen hier den Weg mal ein bisschen tiefer. Dann nochmal ein Retest 27.1, 27.2 und dann möglicherweise den Trend nach oben hin fortsetzen. Was könnte dazu führen? Wir haben heute ein paar News drauf. Wir haben einerseits die durchschnittlichen Stundenlöhne. Hat natürlich Auswirkungen auch wieder auf die Inflationszahlen. Wenn die zu stark steigen, muss man da ein bisschen drauf achten, okay, mehr Löhne, mehr Geld ausgeben, wiederum Inflation ein bisschen mehr. Dann haben wir die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Prognose liegt bei 180.000. Gestern die ADP-Beschäftigungsänderung war jetzt auch schon deutlich, deutlich bullischer. Also ich rechne auch hier, dass die Zahlen deutlich, deutlich höher sind. Wir haben noch die Arbeitslosenquote, die auch noch dazu kommt. Prognose 3,5, letzten Monat 3,4. Also da kommt heute um 14.30 Uhr nochmal einiges. Mal schauen, was das noch für Bewegungen reinbringt. Vorher, denke ich, würde sich wirklich viel passieren, eher ein bisschen bullischer sein. Aber dann gegen Mittag, Nachmittag 14.30 Uhr ganz stark die Augen erstmal auf diesen Bereich hier werfen. Das könnte sehr, sehr interessant werden auf jeden Fall noch. Und würde dann gegebenenfalls auch zu dem Weg hier erstmal passen. Ich bleibe jetzt erstmal bullisch, was Bitcoin erstmal so anbelangt. Trade bleibt unverändert. Wir werden den ersten Take Profit hier oben bei dem letzten hochziehen. Das heißt 27.350. Danach Stop Loss Entry. Danach sind wir dann gearscht, wenn wir nochmal runtergehen und die Wick holen. Ist halt so. Aber Bullish Divergence weiterhin aufgestaut hier im 1-Stunden-Timeframe. Wir schauen uns das Ganze nochmal im 4-Stunden-Timeframe an. Auch hier haben wir eine mini, mini, minimale Bullish Divergence mittlerweile jetzt durch diesen Wick hier heute Nacht nochmal ausgelöst. Auch gutes Zeichen 1H und 4H für eine Bullish Divergence. Jetzt muss da aber auch wirklich mal ein bisschen Druck dahinter kommen. Also Volumentechnisch auch. Weil in 4 Stunden haben wir noch nicht wirklich viel Volumen. In 1 Stunden sehen wir so langsam so ein Zeichen der Erholung, dass jetzt hier wirklich mal eine kleine Trendwende zumindest auf diesen Timeframes stattfindet. Das ist erstmal zu Bitcoin. Gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Hier, wie gesagt, leider, also wir haben zweimal Take Profit 1 erreicht. Einerseits am, ich glaube, Donnerstag Nacht war es. Dann wurde der Trade auf Stop-Loss Entry ausgestoppt. Dann habe ich ja euch in der Signalgruppe gesagt, ganz früh, okay, ich gehe wieder rein mit einem mini, minimalen, besseren Entry oder gleicher Entry, je nachdem wann ihr rein seid. Dann gestern dazu gesagt, 1.880, erster Take Profit. Das kann ich euch auch nochmal ganz kurz zeigen. Wo haben wir es reingeschrieben? Wo haben wir es reingeschrieben? Ich glaube, an die Ankündigung zum Livestream habe ich es reingeschrieben. Genau, hier, Take Profit 1 1.880, BTC 27.360, das bleibt auch so. Und ja, haben dann hier Take Profit 1 erreicht, auch wieder minimal, knapp erreicht. Daraufhin natürlich Stop-Loss Entry und jetzt sehe ich heute früh, okay, Trade wurde hier um 7 Dollar ausgestoppt und dann kam wieder die wilde Fahrt. Gut, über Nacht ist es halt so. Sorry, ich war da leider am Pennen früh um 2 Uhr Nacht, so lange war ich leider nicht mehr wach. Aber gut, ich warte jetzt hier gegebenenfalls auch nochmal, ob wir hier eine neue Chance reinkriegen. Wir machen jetzt erstmal hier die Boxen weg, um ein bisschen cleaneren Chart zu bekommen. Sollte, also wir haben ja hier schon das höhere Hoch, das ist schon mal ein gutes Zeichen, also dass wir hier zumindest mal so leicht einen Aufwärtstrend kriegen. Jetzt haben wir hier oben den Orderblock jetzt erstmal getestet, leichte Reaktion bekommen. Sollten wir jetzt hier, wir ziehen uns das FIP-Level dazu, machen das übergeordnete ganz kurz mal weg und sollten wir jetzt hier nochmal einen Retest kriegen. Das heißt, hier in die Region 1870 bis 1864, sollte die Zone halten, werde ich hier nochmal einen Long Entry versuchen für uns und dann nochmal die Bewegung nach oben hin mitnehmen, denke ich mal. Und das könnte jetzt auch erstmal so ein bisschen der Weg sein, wie gesagt, sorry, ist ausgestoppt, muss man leider fairerweise so sagen. Aber wie gesagt, BTC läuft noch, das hoffe ich jetzt mal, dass der Weg jetzt so eintritt, nochmal das Golden Pocket zu testen, nochmal ein höheres Tief zu bekommen und dann die Reise nach oben hin fortzusetzen. Das ist jetzt erstmal so der grobe Fahrplan für die nächsten Stunde, später kommt noch das kleine XRP-Update-Video und wenn man das so sieht, RSI könnte auch nochmal auf 1H nochmal leicht korrigieren. 4H auch nochmal ganz kurzer Blick, Bullish Divergence, ja, mini, mini, minimal haben wir die, aber die hat noch nicht richtig gezündet, also auch hier haben wir noch ein bisschen Puffer. Auf jeden Fall war es jetzt erstmal zu Bitcoin und Ethereum, später kommt noch das kleine XRP-Update-Video, wie jeden Freitag kennt ihr ja, Freunde. Und ja, dann war es das von meiner Seite, News gibt es momentan keine, bis auf die, wo ich euch jetzt gerade genannt habe, um 14.30 Uhr aus den USA. BingX-Einzahlungsevent habe ich erwähnt, Telegram-Gruppe habe ich erwähnt, ich wünsche euch einen schönen Start in den Freitagmorgen hinein. Das war es von mir, auf erfolgreichen Tag, auf erfolgreiche Trades, Like da lassen, Abo da lassen und ja, gerne auch einen Kommentar unten reinschreiben für den YouTube-Algorithmus. Das war es von mir, bis später, ciao, ciao und wie immer, stay calm.